Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen LS19 Video hier auf meinem Kanal. Wir sind gerade auf www.feuerwehrmods.de, Hashtag Werbung, muss man ja immer dazu sagen als YouTuber mittlerweile. Ich wollte euch mal kurz zeigen, wie das hier mit dem Vorwarnanhänger funktioniert, weil ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen hierzu, dass der Vorwarnanhänger nicht funktionieren würde. Selbiges gilt natürlich für Baustellenmods.de, das ist derselbe Vorwarnanhänger, aber ihr braucht noch einen ganz speziellen Mod. Wenn ihr jetzt auf www.feuerwehrmods.de geht und diesen Vorwarnanhänger auswählt, dann sieht die Seite bei euch so aus. Dann geht ihr hier auf Download, kommt dann auf Mediafire und könnt ihr einfach auf Download klicken, dann öffnet sich hier ein neuer Tab. So und dann wird er runtergeladen. Diesen Mod schiebt ihr dann einfach in euren Mod-Ordner und ihr braucht noch einen weiteren Mod und zwar von Modellleicher, Simple IC. So, ihr kommt dann auf die Seite github.com, geht dann auf Download, Download Zip und dann legt ihr das auch runter und das schiebt ihr beides in den Mod-Ordner und dann können wir auch starten. So Freunde, bevor das Video jetzt hier im Landwirtschaftssimulator auch startet, müssen wir, nachdem wir den Simple IC Mod in den Mod-Ordner geschoben haben, noch eine kleine Sache anpassen, damit der Mod auch funktioniert. So, wir gehen hier einmal in die Einstellungen und gehen auf Tastaturen-Einstellungen. So, gehen wir jetzt nach ganz unten und da seht ihr dann jetzt hier IC an, aushalten, interagieren, interagieren zu Fuß. So, da geht ihr dann hier drauf und könnt dann zum Beispiel machen Taste 1 und wählt dann eine Taste aus. So, ich habe hier Numpad Schrägstich, also auf dem Numpad, weil diese Tasten sind eigentlich gar nicht belegt. Da könnt ihr aber jede x-beliebige Taste machen, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch sagen, ihr möchtet ein Ü da haben, dann könnt ihr IC über Ü anschalten oder ausschalten und dann selbstverständlich auf Steuerung speichern, erfolgreich gespeichert. Und dann könnt ihr auf Karriere gehen und das Spiel starten. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier im Spiel auf der Map Feuerwehr Königsberg, Feuerwache 1, hier an dem Standort. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Bitte nicht wundern, ich habe jetzt insgesamt 450 Mods wohl in dem Mod-Ordner, was wirklich eine krasse Anzahl ist. Aber gut, wir gehen jetzt mal eben auf die Mods, die wir brauchen. Unter Tieflader findet ihr jetzt hier den IFA Williams Trailer. So sieht der aus vom lieben Torben S. Die kompletten Credits findet ihr selbstverständlich auf www.feuerwehrmods.de oder auf www.baustellenmods.de. Gut, jetzt machen wir folgendes. Wir nehmen jetzt einfach irgendein x-beliebiges Fahrzeug. Da können wir einfach mal den Standard-Pickup hier nehmen. So, Farbe ändern, machen wir einfach mal auf Stara, Mieten und wir haben ihn gemietet. Gut, ich mache das jetzt bewusst mit dem Standard-Fahrzeug, mit dem Standard-Lizard-Pickup, weil der hat eine Anhängerkupplung. Bei den anderen Fahrzeugen weiß ich das gerade nicht auswendig, ob die auch eine Anhängerkupplung haben. So, jetzt fahren wir dann einmal hier hin. Koppeln an. So, und fahren hier einmal durch die Ecke. So, Grüße gehen raus. Ich wurde gerade angerufen. Also, wir fahren jetzt einfach mal an einen x-beliebigen Ort hier auf der Map mit unserem Anhänger. Ihr könnt selbstverständlich jedes Fahrzeug davor packen, was halt eine Anhängerkupplung hat. Jetzt fahren wir mal hier raus. Gut, Hashtag Benny kann schon wieder nicht fahren. Und für die, die jetzt schreibt, ja, kauft ihr doch ein Lenkrad. Ich habe das LS-Lenkrad hier rumfliegen. Allerdings nutze ich das nicht, weil ich halt ein Tastaturenspieler bin. So, okay. Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal hier hin. Schön mit Warnblinker. Wir haben hier keine Rundumleuchte. Auf Taste X könnt ihr den Vorwarner aufklappen. Dann steigt ihr ganz normal aus. Achso, ich habe jetzt den Motor nicht auf Aus gestellt. Also, automatischer Motor start auf Aus. So, Warnblinker. Können ja gerne noch Licht anmachen. So, und dann gehen wir jetzt einfach hier hinten dran. Und ihr seht, hier ist das Bedienfeld. So. Hier steht auch IC interagieren zu Fuß. Wie ihr IC einstellt, ganz easy, wie gesagt. Ihr müsst IC einfach in euren Mod-Ordner packen und in den Einstellungen die Tastaturbelegung machen. Das können wir gleich nochmal gerne kurz machen. So, wir drücken jetzt einfach mal zum Beispiel auf Numpad Plus. Gucken mal, seht ihr? 100 kmh kommt jetzt hier. So. Dann können wir mal gerne hier hin klicken. Okay, warte, da müssen wir mal kurz die 100 kmh wegmachen. Da seht ihr an Baustelle. So. Machen wir das auch nochmal weg. Und klicken zum Beispiel mal hier oben drauf. So, da ist gerade nichts passiert. Gehen wir mal hier drauf. Dann seht ihr, okay, die Straße wird da hinten einspurig. So, dann können wir da selbstverständlich jetzt noch sagen, okay, wir möchten wieder hier das einschalten. Baustelle kommt da jetzt gleich. Die Vorwarnanhänger kennt man ja hauptsächlich von Autobahnen, selbstverständlich. Da sieht man die am häufigsten. Gestern noch gesehen, als ich unterwegs war. Ja, und ansonsten ist es ein ziemlich cooler Mod. Also die Inspiration von diesem Mod, hat mir Torben auch geschrieben, kam halt von, ja, unserem Mod von FWKB, welchen wir in LS17 veröffentlicht haben. Also diesen Mod gibt es selbstverständlich auch für LS17, da oben brennt es übrigens, läuft. Und, ja, so, cut. So schaut das aus. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch helfen konnte. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Absperren eurer Straße, eurer Autobahn, damit ihr hier auch die Leute schön vorwarnen. Du kannst auch mal hier links vorbeifahren, Kollege. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und wenn ihr sonst irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie mir auch gerne. Mal gucken, ob Wunschfee Benni dann so ein bisschen was davon umsetzt. Und falls du noch kein Abonnent bist, drück einfach kostenlos auf Abonnieren, dann verpasst du auch kein Video mehr. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benni.